Musik Wenn sie sich einfach nur mal anlächeln, das ist richtig angenehm. Die sind immer gut drauf irgendwo und im sozialen Bereich merkt man das halt sehr. Auf der einen Seite steht die Produktion, auf der anderen Seite natürlich auch definitiv der Mensch. Und im Mittelpunkt dann auch das Ganze im Einklang zu bringen, das ist eigentlich die Aufgabe vom Gruppenleiter, von den Sozialdiensten, von den Werkstattbeschäftigten dann auch. Man ermöglicht einfach den Menschen mit Behinderung auch einen Arbeitsalltag, dass sie auch in die Arbeit gehen können und unterstützt sie da bei der Arbeit oder eben auch, wenn sie zum Essen gehen. Letztes Jahr hatte ich einen Bundesfreiedegendienst gemacht und mir hat es sehr, sehr gefallen, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und dann ist mir nicht klar geworden, dass ich auch in dem Bereich einfach tätig werden möchte. Du musst nichts in den wirtschaftlichen Bereich machen, da kriegst du nie so viel zurück. Du darfst auch keine Scheu haben, dich einfach mal zum Affen zu machen. Genau das wollen die Leute auch sehen, dass du dich traust, einfach aus dir raus gehst. Man bekommt viel mehr Ehrlichkeit von den Leuten zurück draußen. Danke, ja, schön und gut, das gibt es oft oder gar nicht mehr.